Das ist eine Panikattacke. Das ist alles. Was? Hört sich an, als ob du eine Panikattacke hättest. Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht. Vielleicht ist es, weil du deine Schwester ficken willst. Was? Willst du deine Schwester ficken? Nein. Scheiße. Manche Leute sagen, Panikattacken werden durch tief unterdrückte sexuelle Begierden ausgelöst. Was? Ich hab nur so eine Theorie getestet. Weißt du, eigentlich rede ich Bullshit. Denn in Wirklichkeit ist eine Panikattacke nur eine Scheißladung Adrenalin, das direkt ins Herz geht. Es ist die Art, wie wir mit Gefahr umgehen. Kämpfen oder flüchten nennt man das. Stimmt's? Ich kenn dich nicht. Bist du ein Kämpfer oder ein Flüchter, Tony Stoneham? Denn von deiner Antwort hängt es ab. Ich denke, es hängt eine Menge von deiner Antwort ab. Ich seh dich irgendwann. Skins. Die Seriensensation aus England. Montag bis Donnerstag um 22.15 Uhr. Bei Joyce.